Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Vom 8. bis 10. September fand in St. Louis der Champions Showdown statt, ein Turnier mit zehn Großmeistern der Extraklasse und es wurde Chess 960 gespielt oder Fischer Random Schach, nennt man das auch. Für die, die es nicht wissen, Chess 960 ist eine Variation, bei der die Grundstellung zufällig ermittelt wird. Es gibt aber ein paar Grundregeln, der König muss zwischen den Türmen stehen. Wir sehen das hier, der König steht zwischen den Türmen, damit später die Rohade in beide Richtungen möglich ist. Die Läufer müssen auf Schwarz und auf Weiß stehen, die dürfen nicht gleichfarbig sein und Schwarz ist dann spiegelverkehrt aufgebaut. Es gibt diese Variation auch auf allen möglichen Webseiten, kann man auch spielen, auf Leechest kann man das auch spielen oder auf Chess.com. Und bei diesem Turnier nahm auch kein geringerer als der Ex-Weltmeister Garry Kasparov teil, mal wieder. Der ist gerne dabei bei diesen Turnieren, die in St. Louis stattfinden. Wer das Turnier gewonnen hat, werde ich euch am Ende erzählen. Zehn Spieler der Extraklasse. Fabiano Caruana war dabei, Hikaru Nakamura, richtig, richtig starke Leute. Wesleys so, Maxim Vashilagraf. Und in diesem Video werde ich euch zwei Partien von Garry Kasparov zeigen, denn er schlug sich wirklich beachtlich. Nachdem er beim letzten Rapid-Turnier ja so abgegangen ist, so richtig schlecht gespielt hatte gegen die Top-Leute, hat er sich jetzt wieder rehabilitiert und wir schauen uns an, wie. Es war natürlich jetzt Chess 960 und kein normaler Schach. Es wurde übrigens gespielt 20 Minuten Bedenkzeit plus fünf Sekunden pro Zug, meine ich. Ich gucke schnell, nicht, dass ich was Falsches sage. 20 Minuten plus fünf Sekunden Zeitkurschrift. So, die erste Partie, die wir uns anschauen, ist aus der vierten Runde. Er spielt mit Weiß gegen Sam Shankland, amerikanischer Supergroßmeister. Die Zahlen hier oben, die sind, glaube ich, ich weiß es jetzt nicht, 227, 2812. Das ist wahrscheinlich vom Programm, also nicht nachfragen, warum die da stehen. Das ist wahrscheinlich die klassische Zahl, die alte klassische Zahl. So, Weiß beginnt und spielt hier D4. Stellt einen Bauern ins Zentrum. D5. Das Gute bei diesen Partien ist jetzt, ich kann gar nicht so viel zu den Eröffnungen erzählen, weil es ist natürlich eine völlig unübliche Stellung. F3. Wie im normalen Schach versucht man auch im Chess 960 in der Regel von Beginn an um das Zentrum zu kämpfen. Zentrum hat da wirklich eine besondere Bedeutung, auch im Chess 960. Weiß möchte E4 folgen lassen, Schwarz spielt Springer D6. Kontrolliert dieses Feld. Man könnte jetzt mit E4 den Bauern opfern, sagt Stockfisch, und dann mit C4 hier ein schönes Zentrum mit Tempo entwickeln. Und Weiß steht hier besser, aber das ist schwierig zu sehen, sowas in der Tiefe. Kasparov spielte den deutlich menschlicheren Zug C3. Möchte E4 spielen. Schenkland gefällt das überhaupt nicht. Und das ist natürlich häufig so im Chess 960, dass die Stellung für Schwarz sehr, sehr schwierig zu spielen sind. Er spielt jetzt hier F5, um auf Teufel komm raus etwas gegen E4 zu machen. Schwächt sich natürlich aber strategisch das Feld E5 hier. Und Kasparov entwickelt direkt den Springer. Guckt hier rein. Springer B6, Springer B3. Springer Bc4. Schwarz zieht schon wieder den Springer. Verstößt so ein bisschen gegen die goldenen Regeln. Aber bei Chess 960 ist es häufig so, dass man am Anfang mehrmals die gleichen Springer, insbesondere die Springer mehrmals zieht, um sie umzugruppieren und bestimmte Felder zu decken. Das ist nicht ungewöhnlich. Das gleiche macht Kasparov. Springer Bc5. Problem hier. B6 läuft in Springer A6 rein. Greift den Läufer an. Das heißt, B6 bringt hier gar nichts. Dame E8 sieht auch ein bisschen krumm aus. B3. Weiß dagegen kann sehr schön B3 spielen. Springer A3. Greift hier den Läufer an. Das ist aber egal. Läufer E3. Entwicklung. Jetzt kommt eine Ruhade von Schwarz, und zwar die C-Ruhade, sagt man dazu beim Chess 960, in die Richtung. Es ist wie bei der normalen Ruhade. Der Turm muss natürlich nicht auf A8 stehen. Es muss einfach nur Platz sein zwischen König und Turm, beziehungsweise wenn die nebeneinander stehen, können sie ruhig hier. Lange Ruhade. Die C-Ruhade. Dame F2. Jetzt hier zum Beispiel bereitet Weiß die kurze Ruhade vor. Die G-Ruhade. Wird auch später, glaube ich, kommen. Obwohl, ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Dame B5. Springer E5. Weiß steht hier besser. Hat zwei super Springer hier. Droht jetzt Läufer D3. Deswegen nimmt Schenkland hier raus. Springer B1, Turm B1. Während der weiße Läufer aber nicht einmal gezogen hat, hat Schwarz 1, 2, 3, 4 Züge mit dem Springer verschwendet, um diesen Läufer zu schlagen. Also Weiß hat deutlich mehr Figuren im Spiel. Das sieht man auch. Springer Springer, Läufer Dame. Der Turm hier einigermaßen. Schwarz hat nur den Springer im Spiel. Und die Dame, gut, der Läufer, nicht wirklich. Es ging weiter mit Springer C4. Schwarz möchte den Springer tauschen. Weiß kann mit dem B-Bauer nicht nehmen wegen der Fesselung. Aber das kostet auch Zeit. Und Weiß kann mit Tempo die Bauern vorschieben. A4. Dame B6. Die G-Ruhade. Das geht natürlich jetzt, weil Platz war zwischen König und Turm. Der weiße König wird in Sicherheit gebracht. Es ist natürlich immer lustig bei Chestnut 60, wenn der König über das ganze Brett manchmal rochiert wird, über die ganze Reihe. Springer schlägt E5. D schlägt E5. Das sieht alles nicht gut aus hier für den Schwarzen. Dame C6. B4. Ja, hier ist schon echt Hopfen und Malz verloren. Auf B6 kommt immer Springer A6. Läufer F7. B5. Greift die Dame an. Dame G6. Springer D3. Greift den A7 an. Auf B6 kommt Springer B4. Und später wahrscheinlich auch A5. Dann wird das hier aufgerollt. Sieht fürchterlich aus für Schwarz. Stattdessen kam A5. B schlägt A6. Dame schlägt A6. Springer C5. Dame A8. Springer schlägt B7. Fürchterlich, ne? Turm D7. Springer C5 zurück. Turm D8. Turm B4. Läufer A7. Springer D3. Läufer E3. Dame E3. Und nach 24 Zügen gab Schwarz schon auf. Er hatte keinen Bock mehr. Steht auch völlig auf Verlust. Es kommt Turm FB1. Die Linie ist offen. Der König ist schwach. Die Figuren stehen schlecht. Eine typische Chestnut 60. Ja, Katastrophe kann man sagen. Schauen wir uns noch eine Partie an. Und zwar Kasparov mit Schwarz gegen Peter Swittler. Auch aus schwarzer Sicht. Gucken wir uns die Stellung an. Das ist hier. Man merkt, hier merkt man schon sehr viel Dynamik. Wenn die Läufer nebeneinander stehen, dann weiß man schon, wenn die Bauern vorgehen, dann hier auf den langen Diagonalen, dann kommt schon eine große Wirkung durch die Läufer. Die Springer hier beide am Rand. Der König zwischen den Türmen, wie gesagt. Und später, wenn Platz ist, kann er in beide Richtungen rogieren. Natürlich muss Platz sein. Der Läufer muss weg. Die Dame muss weg. Weil der König schon auf den üblichen Feldern landen muss, die man auch vom normalen Schach kennt. C4. Hier eröffnet weiß Peter Swittler mit C4. Der Zug ist super logisch. Ich denke, D4 wäre ja auch sehr logisch gewesen. Mit der Idee, eventuell auf D5 C4 zu spielen. So eine Art Gambit. Beziehungsweise DC4, Dame C4. Aber wahrscheinlich ist F5 hier mit Angriff auf die Dame nicht so klar. Deswegen hat er das nicht gemacht, vermute ich mal. Er spielt C4. F5. Asymmetrisch. Das ist auch so eine Sache. Wenn ich Chessler in Sixty spiele, versuche ich auch immer asymmetrisch zu spielen. Mit Schwarz insbesondere. Ist aber nicht so einfach, weil häufig, man hat häufig nicht die Möglichkeit dazu, wenn man um das Zentrum kämpfen muss. Beziehungsweise, wenn jetzt zum Beispiel der Turm den Bauern nicht unterstützen würde, wäre es natürlich auch ein komischer Zug häufig. Hier macht es den Läufer frei natürlich. D4. C5. Schwarz kämpft um das Zentrum. D5. Springer B6. G3. D6. B3. Weiß erschafft sich hier eine schöne Kette. G6. Schwarz macht den Läufer frei hier. Greift den A1 an. Springer C3. Blockiert die Diagonale. E6. Schwarz attackiert das Zentrum. Super logisch. D schlicht E6. Läufer schlicht E6. Hier gab es aber etwas, was beide übersehen haben. Weiß kann hier in Vorteil kommen. Total witzig. Und das ist typisch, dass im Chess 960 aus dem Nichts Taktiken vorkommen können in der Eröffnung. Haben aber beide übersehen. Was kann Weiß hier ziehen? Versucht das mal zu finden. Das ist so, so häufig im Chess 960, dass in der Eröffnung ganz plötzlich irgendwelche Taktiken kommen. Und ihr seht es auch. Auch starke Großmeister haben Riesenprobleme, sich umzustellen halt. Weiß könnte hier mit Springer B5 aus dem Nichts einen Bauern gewinnen. Greift den D6 einmal an. Den A7. Schwarz sollte eher den A7 geben. Zum Beispiel mit D5. Springer schlicht A7. Aber greift die Dame an und der Springer kann wieder zurück. Stockfisch sagt, Weiß hat erstmal einen Bauern mehr. Und Kompensation? Schwierig zu finden. Haben aber beide übersehen. Weiß spielt der F3. Macht den Läufer frei auf G1 endlich. Springer C6. Läufer E3. Ruchade. Ruchade. Turm F8. Jetzt ist es eine relativ normale Stellung. Relativ. Schwarz muss versuchen, hier diesen rückständigen Bauern nach D5 zu ziehen. Und das wird auch gleich passieren. Springer B5. Jetzt bringt das nichts. Dame B8. Jetzt ist alles gedeckt. Läufer G5 greift den Turm an. Turm D7. Läufer F4 zurück. Greift den D6 an. Springer E5 stellt sich dazwischen. Springer C2. Versucht den Springer ins Spiel zu bringen. A6. Und hier kommt ein riesen Nachteil für Weiß. Der Springer muss ziehen. Kann aber nicht auf sein schönes Feld C3 zurück. Wegen Springer schlicht C4. Und der Läufer würde den Springer angreifen. Deswegen muss der Springer an den Rand. Springer A3. BA3. D5. Logischer Zug hier. D5. Den rückständigen Bauern loswerden und im Zentrum Fuß fassen, den Einfluss vergrößern. Springer E3. D4. Natürlich. Springer G2. Was für ein hässlicher Zug. Der Läufer auf G1 wird eingesperrt. Aber wo sollte der Springer sonst hin? Wieder zurück wäre er natürlich ein bisschen albern gewesen. Vor allen Dingen, Swittler hat ja Springer E3 gemacht, weil er diesem Springer hier das Feld hier geben wollte. Okay. D4. Springer G2. Dame D8. Geht aus der Fesselung raus. Hier war natürlich eine nervige Fesselung. Dame D8. Springer E1. Möchte den Springer umgruppieren. Und den Läufer hier auch mal wieder frei machen. Irgendwann. Läufer F6. Springer AC2. Das ist ein Fehler. Springer AC2 hier. Aus konkreten Gründen. Besser wäre gewesen Läufer E5. Läufer E5. Springer D3. Läufer D6. Und der Nachteil hält sich hier in Grenzen für Weiß, sagt Stockfisch. Stattdessen Springer AC2. Hier könnte Schwarz auf C4 eine Figur opfern. Springer EC4. BC4. Läufer C4. Und dann das Manöver Springer A4. Springer C3 ansetzen. Mit riesigem Angriff. Und schönem Vorteil. Stattdessen spielte Kasparov. Läufer F7 zurück. Ein prophylaktischer Zug. Switler hätte jetzt unbedingt Springer D3 ziehen müssen. Aber hier. Er war nicht ganz bei der Sache. Er spielte Dame D2. Und jetzt. Jetzt kommt Springer schlicht C4 natürlich mit Ansagen. Springer schlicht C4. BC4. Und das Problem ist, nicht nur das Springer schlicht C4 geht, sondern auch G5. Und der Läufer hat kein Rückzugsfeld. Läufer G5 ging. Es ging weiter mit Läufer schlicht G5. Läufer schlicht G5. Greift die Dame an. F4. Blockt das. Läufer. Springer schlicht C4. Entschuldigung. Greift ihm die Dame an. Ist inzwischen zu. Dame D3. Springer B2. Also Springer Dame D3 war auch ein Fehler. Aber er stand eher auf Verlust jetzt. Springer B2. Dame schlicht F5. Springer schlicht D1. F schlicht G5. Und hier hoffte Svittler mit Weiß, dass er irgendwie Gegenspiel hat am Königsflügel. Hat er aber nicht. Es kam Springer C3. Mit der Drohung Springer schlicht E2 Schach. Und hier hatte Svittler keine Lust mehr und gab auf. Auch nach 26 Zügen. Schon, ne? Schwarz hat eine Qualität mehr. Und wird den E2 gewinnen. Und es droht hier nichts mit Weiß. Er hat überhaupt kein Gegenspiel und steht einfach nur schlecht. Auf Verlust. Auf diesem Niveau geht man dann auch auf. Man hat natürlich auch so ein bisschen die Lust verloren. Weil so lauter Taktiken plötzlich kamen da. Das ist Chess 960. Da können solche Sachen passieren. Das Turnier gewann übrigens mit 6 aus 9. Das war 10 Großmeister. Lene Dominguez-Perez. Der gebürtige Kubaner, der inzwischen in den USA lebt. Er ist in sehr guter Form. Drei Spieler folgten mit 5,5 aus 9. Maxim Vashila-Graf, Sam Schenkland und Wesley So. Und Garry Kasparov hatte 5 Punkte. Aus 9. Sehr gutes Ergebnis für den Oldie. Und damit vor Fabiano Caruana. Vor Levonaronian. Shakriyama Medjarov. Vor Hikaru Nakamura. Der erwischt ein ganz schlechtes Turnier mit 3 aus 9. Und auf dem letzten Platz Peter Svittler mit 2,5 aus 9. Ich hoffe, die Analysen haben euch gefallen. Kleine A. Ja. Mal was anderes. Nicht immer normales Schach. Chess 960. Ihr könnt es ja gerne mal ausprobieren. Wenn ihr Bock habt auf Lead Chess. Kann man dort spielen. Und checkt auch mal in anderen Kanäle aus. The Big Greek Highlights und The Big Greek Shorts. Da lade ich auch täglich neue Videos so. Macht's gut. Bis bald. Bis bald. Bis bald.